Schalömmchen und herzlich willkommen zu meinem 20. Mini-Let's Play in Automobilista 2 Beta. Es handelt sich um eine Beta-Version, die noch nicht den vollen Funktionsumfang der Release-Version darstellt, welche am 31. März 2020 herauskommen wird. Vielen Dank. Habe ich jetzt 31. März gesagt oder 30.? Egal, 31. erzählt. Ja, wir befinden uns hier in der neuesten Version von Automobilista 2 Beta, nämlich der Beta-4-Phase. Neu hinzu kam diese wundervolle Strecke hier, Imola 1972, eine Strecke, die ich schon in Automobilista 1 sehr gerne gefahren bin, auch mit dem Ultima Race. Jetzt bin ich hier in der Super-V8-Klasse unterwegs, denn das Force-Feedback wurde komplett neu überarbeitet und fühlt sich jetzt mehr an wie ein Automobilista 1. Also für all diejenigen, die immer gefragt haben, ja, in welche Richtung geht das Force-Feedback, mit welchem Spiel kann ich es vergleichen, man kann es jetzt absolut mit Automobilista 1 vergleichen. Ein bisschen besser, ein bisschen informativer, würde ich sagen. Ich habe jetzt gerade eine Stunde lang mein G27 eingestellt, eben mit der Super-V8-Klasse, weil die schon in den anderen Beta-Phasen sehr gutes Force-Feedback hatte und auch eine gute Fahrphysik. Ja, ich habe 20 verschiedene Einstellungen mir aufgeschrieben auf dem Zettel per Atem und dann habe ich mal geguckt, wie es sich anfühlt, so kleine Notizen dazu gemacht und jetzt habe ich mich da eingependelt bei den Werten, die ihr jetzt eingeblendet sehen müsstet. Also ich versuche da einen Screenshot zu machen und den jetzt einzublenden. Ich hoffe, dass das klappt. Wenn nicht, dann schreibe ich es einfach in die Videobeschreibung, meine Einstellungen, und dann könnt ihr die für ein G27 mal ausprobieren. Wer einen Direct Drive hat, der muss sehr stark runtergehen von der insgesamten Force-Feedback-Stärke und von diesen FX-Effekten, denn die stellen jetzt das Getriebe und den Motor dar. Also wenn man den Motor anlässt, dann vibriert das Lenkrad. Der Renato hat im Forum geschrieben, dass es bei echten Rennwagen auch so ist. Ich habe keine Ahnung, wie das bei einem Rennwagen ist, ich saß noch nie in einem drin. Und was auch noch sehr geil ist und neu, man kann jetzt endlich die Setups ändern. Das kann ich euch gleich zeigen, wenn es hier anfängt zu regnen. Da können wir nämlich die Regenreifen aufziehen, wenn der Hobel welche hat. Also man kann jetzt grundlegende Sachen mal ändern. Das Setup-Menü ist noch ein bisschen rudimentär, würde ich jetzt sagen. Da stimmen auch ein paar Sachen noch nicht. Aber das sehen wir gleich. Nichtsdestotrotz bin ich unheimlich froh, weil das Force-Feedback ist jetzt richtig geil. Oh, jetzt habe ich es übertrieben. Ich konnte jetzt nicht ausprobieren, wie die Flatspots sich anfühlen, weil ich den Schaden noch ausgestellt habe. Es wurde ja dazu geraten, den Schaden auszustellen und diesem Aufruf bin ich gefolgt. Obwohl der eigentlich für mich schon sehr gut funktioniert hat, auch in Beta 1 schon. Naja, aber wenn es geraten wird, dann gehorch ich. Ja, und die Super V8-Klasse, ja, ein bisschen zu schnell oder zu modern natürlich für die Imola-Strecke hier. Aber es macht trotzdem Heiden-Spaß. Und wir sind ja in einem Spiel... Nein, 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 schon wieder übertrieben. Da darf man sowas natürlich machen. So, ich frage mich, wann es anfängt zu regnen. Die Scheibenwischer-Animationen funktionieren noch nicht. Aber das soll uns nicht stören. Der Regen wird trotzdem von der Windschutzscheibe vertrieben. Also jetzt könnte ich mal ausprobieren, ob es doch geht mit den Flatspots. Weil nämlich... Ich sehe gerade in der App, dass die Reifen sich abnutzen. Aber ich spüre jetzt nichts. Vielleicht ist mein Cross-Feedback auch, ja, in der Hinsicht zu schwach. Naja. Ah, ich glaube, jetzt kommen die ersten Tröpfchen runter. Wenn ich mich nicht irre. Oder? Ne, ich habe mich geirrt. Ich sage gerade so aus, durch die Schatten. Ja, auf jeden Fall wieder... Das gibt es da nicht. Okay, jetzt fahre ich eine Runde ohne den Drift zu wollen. Sehr kläglich hier, meine Vorstellung. Und jetzt bin ich echt schon eine Stunde hier rumgefahren. Und habe halt immer ausprobiert, wie fühlt sich dieser Super V8 Karren am besten an. Okay, jetzt regnet es doch. Jetzt sieht man es auch bei der Windschutzscheibe. Also meine Werte sind jetzt nicht weit weg von den Standardwerten, die Razer Studios für das G27 vorgibt. Ich glaube, ich bin nur 10 Werte weg, weil bei 2 Werten... 10 Punkte weg von... Ihr wisst, was ich meine hier. Habt ihr die Einstellung gesehen? Ich kann auch die Standardwerte noch dazu machen oder jetzt nochmal einblenden. Wenn ich Sinn bekomme. Aber müsste kein Problem sein. Ja, bei den Standardeinstellungen fand ich die Vibrationseffekte zu krass. Also ich hatte während der Kurvenfahrt so ein Schlagen im Lenkrad. Vor allem, wenn dann so ein bisschen anderer Asphalt da war, so wie hier vorne. Also so eine andere Asphaltstelle. In der Kurvenfahrt hat man dann wie so ein Schlagen gemerkt im Lenkrad und das fand ich zu heftig. Also da hatte ich schon Angst, dass mein G27 auseinanderbricht. Achso, ich wollte noch in die Box, um euch das zu zeigen, mit den Regenreifen. Am besten mache ich das gleich, bevor es wieder aufhört zu regnen. Achtung, unsanft beendet, tut mir leid. Also Return to Pitbox. Und dann gehen wir jetzt hier ins Setup rein. Und jetzt haben wir hier so ein spartanisches Setup. Also einfach nur so die wichtigsten Dinge. Da kommt auch noch was hinzu. Also wenn man jetzt hier Downforce einstellen könnte, könnte man hier auch ein paar Klicks ändern. Bremsbalance, hätte ich jetzt gucken müssen, hätte man die Außenansicht gehen müssen, dann eine Vollbremsung machen und gucken, welche Räder zuerst blockieren. Wenn es die Vorderräder sind, einfach die Bremsbalance ein bisschen nach hinten machen. Sprit, ja keine Ahnung, 16 Liter, vier Runden, passt eigentlich ganz gut. Und wenn man jetzt hier drauf geht auf Drive, das ist jetzt hier der Fehler noch. Es handelt sich um eine Beta-Version. Dann kommt man auf das erweiterte Setup. Und jetzt kann man hier ein bisschen mehr einstellen. Jetzt machen wir hier mal die Regenreifen drauf. Vorher ist mir gar nicht aufgefallen, dass wir auch weiche Reifen jetzt haben. Sehr cool. Und hinten sollte man das natürlich auch machen. Dann kann man hier die Gewichtsverteilung ein bisschen ändern. Und dann eben verschiedene, wie sagt man, Öffnungen irgendwelcher Lufteinlässe. Davon habe ich aber keine Ahnung, was da gut ist und was nicht. Müsste man auf die Motortemperatur gucken. Und das war es jetzt schon, was man machen kann. Also viel ist noch nicht, aber mit den paar Sachen lässt sich schon was anfangen. Also vor allem Reifendruck jetzt ändern zu können, finde ich ganz gut. Muss ich mal mit rum experimentieren, wenn ich mal ein Rennen fahre. Also mit Training und Qualifying und so. Aber ja, für den Anfang schon mal ganz gut. Und ich bin froh, dass es jetzt endlich Setups gibt. Auch wenn ich immer gesagt habe, ja, es ist ganz gut kein Setup zu haben, denn da hat man nicht den Druck, irgendwas zu ändern. Aber den Tankinhalt auch schon verändern zu können, das ist schon mal gut. Denn so läuft man nicht Gefahr, dass die KI mit einem 5 Liter Tank startet und man selber mit einem 90 Liter Tank und dann noch ein bisschen Ballast mit sich rumschleppt. Also jetzt finde ich ein bisschen komisch, jetzt muss man hier auf Zurück gehen und dann hier wieder auf Drive, das finde ich ein bisschen komisch. Jetzt steht hier Exit und hier unten auch nochmal Exit. Also das ist noch nicht final, das wird hoffentlich gefixt. Zumindest werde ich es ins Forum schreiben, falls es kein anderer tut. So, jetzt... Warum rollt denn der? Jetzt gehe ich mal kurz raus in die Außenansicht und gucke, ob wir Regenreifen drauf haben. Ja, tatsächlich. Cool, oder? Aha, sehr schön. Achso, die Farbe habe ich übrigens für meine Tochter gewählt, falls ihr das Video anguckt. Ich glaube es zwar nicht, aber... Könnte ja sein. So, auf geht's, ab geht's, drei Tage wach. Huh, schon ein bisschen rutsche ich jetzt. Ja, und das Spiel wird einfach immer besser und besser. Jetzt gab es wieder ein paar Leute, die gestern geschrieben haben, Leute, verzögert doch den Release. Ich habe vollstes Vertrauen in Razer Studios. Wenn die sagen, die kriegen es hin, dann kriegen sie es hin. Und wenn das Spiel dann noch nicht so gut ist am Anfang, dann, ja, müssen sie sich das halt anhören lassen. Das ist kacke warm. Ich selber werde nichts sagen, weil ich bin einfach sehr froh, die Beta-Version schon zu haben und hier Sachen ausprobieren zu können. Ich finde es cool und ich weiß, dass Razer Studios, dass die die nächsten zwei Rennen im Spiel weiterarbeiten werden. Das haben sie beim ersten Teil auch schon gemacht. Und ja, ich finde einfach gute Dinge. Aber ich kann natürlich die Leute verstehen, die auf den Release fiebern und dann sich noch mit Bugs rumschlagen müssen. Ich wollte euch nur Schadenmodell zeigen, ehrlich. Okay, ich kann so nicht fahren. Aber eigentlich wollte ich was testen. So, da müssen wir ein bisschen schneller fahren. Und jetzt Achtung. Okay, Bremsbalance könnte man nach hinten stellen. Also, das wollte ich kurz sehen. Fürs Protokoll? Nein, ich spüre keine Flatbots. Auch wenn die Reifen-App hier anzeigt, dass die Reifen abgenutzt sind, spüren tut man davon jetzt nichts im Lenkrad. Beziehungsweise... Oh Gott. Das ist krass. Das war jetzt nur leichter Regen. Wenn ich jetzt starken Regen eingestellt hätte, dann würde die Super V8 Series hier schwimmen. Dieses wunderbare Gefährt. Ohohoho. Ja, das gehört alles zur Show, um es spannender zu machen für euch. Achso, jetzt darf ich mich nicht drehen, denn ich will noch in die Außenansicht. Ja, ich hatte am Anfang, als ich getestet habe, habe ich einfach mal jeden einzelnen Wert vom Force Feedback auf 100 gestellt. Und die anderen immer auf 0, außer natürlich die Stärke dann, um zu gucken, was passiert, wie sich was anfühlt. Dieses Manu-Spring-Irgendwas-Strang, das hat überhaupt keinen Unterschied gemacht, egal auf welchem Wert ich das hatte. Standardmäßig steht es auf 40. Ich habe keine Ahnung, ich habe es jetzt auf 40 lassen und habe mich dann nur um die anderen beiden Slider gekümmert. Das ist einmal Low Boost und FX. Und FX, das sorgt für so Vibrationen im Lenkrad, die ziemlich rau werden können. Deswegen habe ich den Wert weiter unten und Low Boost, ja, wie der Name schon sagt, gibt dir einfach ein bisschen mehr Power, wenn du ein schwächeres Lenkrad hast, so wie ich. Also es sorgt für eine gewisse Festigkeit, Steifigkeit um die Mitte rum. Und das finde ich ganz gut, weil das Force Feedback im G27, das hat in der Mitte wenig Effekte, bis gar keine. Also das hat so eine Todeszone in der Mitte, oder Todzone, ja, und das ist nicht gut. Und ja, mit dem Low Boost kann man eben dieser Todzone ein bisschen begegnen. Und die abstellen. Außerdem regelt es auch die Speere im Lenkrad. Und die finde ich in Automobilista 2 Beta einfach sehr angenehm. Was mache ich eigentlich im ersten Gang hier? Okay, vielleicht war es gar nicht so verkehrt. Wow. Also ich werde noch an meinen Einstellungen und den Standardeinstellungen irgendwo da dazwischen, da werde ich mich dann einpendeln. Da werde ich in den nächsten paar Tagen noch ein bisschen rumfuchsen. Vielleicht sind es dann nur ein Prozentwerte oder ein Punkt mehr oder weniger bei einem Slider. Wow, Wand geküsst. Oh, und so viel Gas. Oh, ich habe das Gaspedal bestimmt nur zu 15 Prozent durchgedrückt. Oh Gott. Nein, das reicht nicht. Ach so, wir wollten ja eh die Wiederholung angucken. Ha, gute Ausrede, gell? Ach, jetzt haben wir, ja, keine ganze Runde, keine vernünftige. Ah, wunderschön, unser lilafarbener Super V8 Bomber. Ach so, und ihr habt mich aufgeklärt, vielen lieben Dank, diese Rollenneigung ist also normal in dieser Fahrzeugklasse. Die müssen sich so um die Strecke rollen. Und ich sage es euch, dieses Spiel wird der Hit, dieses Spiel wird einschlagen wie eine Bombe. Vielleicht erst in einem Jahr oder in zwei, aber wenn dann alle Sachen mal dabei sind, auch die Dirt Series, kann ich mir vorstellen, dass das tierisch abgeht, Automobilista 2. Vor allem, wenn die Fortschritte so weitergehen. Wir haben jetzt wieder innerhalb von einer Woche, also gerade was das Force Feedback angeht, so geile Veränderungen. Ja, allein das war es wert, eine Woche zu warten. Schön, wie er hier so um die Kurve slidet. Das erinnert mich an Assetto Corsa Competizione, wenn die die Oruge entlangbrettern. Da habe ich ein Video gesehen in echt, da hat jemand die Fahrzeuge gefilmt in Slow Motion, wie die da unruhig werden. Und so ein Video habe ich dann in Assetto Corsa Competizione gemacht. Und das hier sieht sehr ähnlich aus, wie sich das Fahrzeug bewegt. Finde ich cool. Ach so, ich hätte jetzt wahrscheinlich die Schnauze halten sollen, dass ihr ein bisschen den Sound genießen könnt. Tut mir leid. Aber ihr findet bestimmt andere Videos, wo ihr nur den Sound hört von diesem wunderschönen Auto. Das wäre das Screenshot gewesen dann gerade, oder der hier. Oh, Wand geküsst, ja. So, jetzt kommt die klägliche Rückwärtsfahraktion. Ich hätte noch voll viel Platz gehabt. Shit. Oh Gott. Ich gehe mal zurück und ich ziehe jetzt noch die weichen Schlappen auf. Jetzt ist ja der Regen vorbei. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ach so, Bremsbalance nach hinten. Machen wir einfach mal großzügig. Jetzt kann es sein, dass die Hinterräder blockieren, aber kriegen wir dann hin. Moment, wo muss ich hin? Auf Drive, genau. Ah, verwirrend. Also, was machen wir jetzt hier? Was haben wir gesagt? Auf Softs. Softslick. Vielleicht hatten wir vorher auch die Softslicks drauf. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Auf Zurück. Und dann auf Drive. Genau. Ach, verwirrend. So, ich bin jetzt ruhig. Ich sage am besten jetzt schon Tschüss. Ich fahre jetzt aber eine Runde im Cockpit und dann nachher eine Runde in der Wiederholung. Also, ihr seht dann die Runde in der Wiederholung und dann passt es doch auch, oder? Dann konntet ihr die Sounds genießen. Obwohl, vielleicht fällt mir dann noch was ein zu den Slicks, was zu sagen. Das ist auch doof. Ne, das machen wir nicht. Ihr guckt einfach auf YouTube nach anderen Videos, wo ihr diesen V8-Sammel in Reinform genießen könnt. Was jetzt natürlich geil wäre, wenn ich sagen würde, boah, die Reifen fühlen sich voll griffig an. Geil. Super cool. Und dann heißt es im Vorruf, ja, die Softslicks, die sind noch nicht richtig implementiert. Boah, jui, 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 jui. Das zeige ich euch nicht in der Wiederholung. Ach ja, und die Strecke ist einfach so geil. Also nicht nur der Streckenverlauf von Imola, von dieser alten Strecke oder alten Variante, sondern auch einfach die ganzen Gebäude drumherum, die Bäumchen hier an der Strecke, die alten Schilder. So was kann halt Razor Studios. Also jetzt fühlt es sich ein bisschen snappier an, also wie sagt man, schnappender? Nein, das ist nicht das deutsche Wort. Also wenn das so auf einmal kommt, also das Heck kommt auf einmal ohne Vorwarnung. Der Grenzbereich wird extrem klein. Man hat sehr viel Vertrauen. Hier habe ich jetzt wirklich mehr Grip. Kann jetzt natürlich auch daran liegen, dass jetzt der Regen vorbei ist und die Strecke wieder abgetrocknet ist. Aber das ist so krass. Fühlt sich echt super an. Aber eben, der Grenzbereich ist jetzt so klein. Und wenn ich dann übertreibe, dann macht es halt sofort BAM. Ich hätte gerne einen siebten Gang. Hallo, siebter Gang. Getriebeübersetzung habe ich jetzt übrigens nicht gesehen. Habt ihr das gesehen, dass man da was ändern kann? Ich nicht. Geht, 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 geht. Jawoll, sehr schön. Ich sag's euch. Ich prophezeie es jetzt. Dieses Spiel wird der absolute Renner. Spätestens in einem Jahr oder in zwei. Vielleicht zu Beginn nicht, weil immer noch viele Leute dieses Project Cars-Image im Kopf haben und das Head-Up-Display gesehen haben von Project Cars oder an die Madness Engine denken. Aber wenn es dann mal mehrere Leute gespielt haben dieses Spiel und sagen, nee, das hat einfach nichts mit Project Cars 2 zu tun, außer eben das Grafikzeug. Nein, 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 nein. Ja, ja, ja. Geil, oh. Ah, schön. Das war nicht sauber gedriftet oder gepowerslidet, aber es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich habe mich einfach gefreut, dass ich den Hobel noch im Grenzbereich bewegen kann und dass ich einen Abflug mache. Schön, ich sitze hier mit einem sehr, sehr fetten Grinsen. Das ist geil. Also jetzt freut es mich, dass ich vorher die Stunde hier saß mit einem Zettelchen und das was Feedback eingestellt habe. Auch wenn ich jetzt nicht weit weg bin von den Standardwerten. Oh, das war beinahe die Wand. Was, ich bin langsamer? 2000? Das hat sich aber schneller angefühlt. Ist das geil hier. Oh Gott, das war fast zu viel. So, jetzt gehen wir in die Wiederholung. Geil, 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 geil. Das ist so fett. Das fühlt sich so geil an. Man kann es nicht anders sagen. So gut. Super V8-Klasse Bombe. Also richtig, richtig Bombe. Ich bin gespannt, wie sich die anderen Fahrzeuge anfühlen. Ich habe jetzt gar nichts anderes ausprobiert. Ich habe vorher noch Curbs ausprobiert auf Interlagos. Habe ich aber jetzt nicht so gespürt. Also so wie in den anderen Beta-Versionen auch. Ich habe im Forum gelesen, dass man die jetzt besser spüren soll. Aber tue ich nicht. Aber vielleicht muss ich da noch irgendwas anderes einstellen. Oder die Stärke wieder ein bisschen hoch regulieren. Die habe ich ja jetzt auf 95. Ja, mal gucken. Keine Ahnung. Vielleicht muss ich auch weiter runter gehen in der Stärke und dafür in den FX-Settings höher. Ich weiß es nicht. Aber so fühlt es sich jetzt geil an und da kann ich auch auf Curb-Gefühl verzichten. Ich müsste vielleicht noch andere Curbs ausprobieren, die höher sind. Aber lange Rede, kürzer Sinn. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt jetzt eine Ahnung, was euch erwartet, wenn Automobilista 2 rauskommen wird. Nämlich saustarkes Force-Feedback. Und man kann das Setup verändern. Und es gibt Imola 1972. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Wiederholung und hoffe, dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Beziehungsweise ihr mir zuhört. Macht's gut und auf bald. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020